Und Epic, schau mal, wir sind hier einfach mitten im Himmel und wir befinden uns auf einer echten Wolke, denn wir werden heute 100 Tage auf einer Wolke überleben. Schau mal, ich hab eine goldene Kuh! Aber das ist nicht nur irgendeine Wolke, sondern das ist eine ganz besondere Wolke, denn wir haben hier noch ganz viele andere Wolken. Und wenn wir die zu uns ziehen, denn wir haben hier so eine Hook, sag ich mal, bekommen wir verschiedene Items, die platzen dann auf. Wir haben ja zum Beispiel Holz bekommen aus einer. Sehr gut! Ich zeig euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Das heißt, wir werfen hierhin mal unseren Hook, wie nennt man das denn auf Deutsch? Ähm, Haken. Haken. Und ich hab jetzt zum Beispiel rote Beete-Samen bekommen. Warte mal. Da hinten platzert was. Und noch was. Und ich habe jetzt, ich glaube, Fisch bekommen. Wir haben hier auch Tiere, die wir zu uns holen können. Goldene Tiere. Und Chicken! Hallo! Chicken! Oh, süß! Und die goldenen Tiere gehen dann sowas wie Diamanten eingeben und so weiter und so fort. Wir haben einen Coppestone-Generator und Leute, das ist unser Heißluftballon. Mit dem können wir in verschiedene Höhen hoch. Also das müsst ihr euch so vorstellen. Wir müssen jetzt 32 Holz und 24 Heu da reinwerfen. Und dann gehen wir einfach ein Stückchen höher. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, so richtig. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Unsere Plattform bleibt, also unsere Wolke bleibt auf jeden Fall gleich. Ja, wir steigen nach oben. Das ist wichtig. Und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir das auf jeden Fall machen. Aber unsere Priorität liegt erstmal darin, hier irgendwas Kleines zu bauen. Also wie gesagt, Stein haben wir auf jeden Fall. Ich würde aber gucken, dass wir auf jeden Fall auch Holz uns holen. Bäume wären vielleicht ganz nice oder so ein bisschen Erde. Ich habe vier Mann von drei Stück. Oh, du könntest theoretisch... Ach, hast du Holz? Ich habe vier Holz. Oh, wo hast du Holz her? Ich habe es, glaube ich, geangelt. Ich weiß es nicht. Wir brauchen... Wie brauchen wir wie viel Holz? Wollen wir ein Zeppling? Äh, nö. Ich mache mal ein Crafting Table. Guck mal. Ja. Hier kommt mal ein Crafting Table hin in die Nähe. So, guck mal. Und dann hole ich auf jeden Fall noch ein bisschen Stein. Und wir haben schon so ein kleines Starterpaket. Also das ist auf jeden Fall cool. Wir könnten theoretisch dann auch anfangen, irgendwie sowas zu machen, wie ein kleines Gehege für die Tiere oder so. Stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Und ich hätte jetzt theoretisch zehn Holz. Okay, das kann ich mal ganz kurz hier abgeben. So, 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 so. Mehr, 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 mehr. Okay, steht da eigentlich schon, wie viel wir haben? Nee, es wird einfach nur bei 22 wahrscheinlich abgehakt. Du hast auch noch ein bisschen, ne? Ja, ich habe ein ganz kleines bisschen. Ah doch, guck mal. Wir brauchen nur noch elf Stück. Ah, noch elf Stück brauchen wir. Sehr gut. Ah, sehr, sehr gut. Ja. Wenn wir jetzt noch Knochen hätten, wäre es... Aber wir könnten doch mal warten auf die Nacht. Vielleicht spawnen hier Skelette. Ich weiß es nicht. Könnte sehr gut sein. Das stimmt. Hey, wir angeln dieselbe. Hey. Was ist da los? Ich habe Knochen. Sehr gut. Ah, sieben Stück. Oha. Ich habe Kohle. Brauchen wir Kohle? Ähm, ja. Rät hier noch was? Ah ja, Eisen war hier. Guck mal, tada, perfekt. Oh, tada. Okay, damit haben wir jetzt unendlich viel Holz, sobald hier wieder ein Zeppling rauskloppt. Ja. Okay, das ist sehr praktisch. Ich kann auch noch Weizen ein bisschen dann machen. Oh, yeah. Ja. So, das kommt jetzt hier rein. Wir brauchen noch genau zehn Stück. Das muss wachsen und es regnet. Wir brauchen 24 Weizen. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt mal Betten. Das heißt, wir können die Nacht eigentlich theoretisch skippen. Würde ich sagen, machen wir auch. Wir haben immer noch nicht Holz fertig und immer noch nicht das Weizen. Ich glaube, Weizen wird auch am längsten dauern. Das stimmt. Ich habe leider keine Knochen mehr. Knochen habe ich leider auch nicht. Nee, 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 nee. Nee. Und es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und Leute, schaut euch das mal an. Das war's. Wir haben's. Das bedeutet, wir können jetzt hier... Oh Gott, guck mal. Die wollen zu dir. Ja, die kriegen alle hier was drauf. Wir können jetzt hier mit dem heißen Luftballon hier interagieren. Und dann kommen wir in die nächst höhere Lage. Ja. Es geht richtig nach oben, Leute. Und ich bin gespannt, auf welcher Ebene wir uns dann befinden. Ich glaube, davor waren wir auf der Overworld-Ebene. Stimmt. Und da ist ein Drache. Was ist da los? Was macht ihr da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bist du mir den wegschnitzeln? Ich glaube schon. Äh. Äh. Oh, oh. Soll ich heute was hier? Ich hoffe nicht. Oh nein. Oh, oh. Das ist der Erddrache. Hier kannst du wegschnitzeln mit dem... Oh, ich hacke ihn weg. Hake einfach so richtig schnell. Hake einfach. Oh, Gott. Oh, da fallen Steine runter. Es fallen Steine runter. Oh, stimmt. Pass auf. Ach so, Jemini. Ich gehe einfach die ganze Zeit spammen. Zum Glück geht es nicht kaputt. Ach so, Jemini. Ich habe drei Herzen. Ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich, 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 ich. Ich habe Angst. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Oh. Ja, irgendwo. Du siehst die Schatten auf jeden Fall. Du siehst die Schatten. Ja, guck mal. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Ja, ja, ja. Doch, ein bisschen. Doch, ein bisschen. Ich gehe ein bisschen weiter nach rechts. Ach so, was ist denn da los? Ja. Oh, Jemini. Ja. Okay, aber jetzt müssen wir was richtig Neises eigentlich draus bekommen. Oh, er ist weg. Oh. Oh. Und? Jetzt? Es schneit auf jeden Fall Schnee, glaube ich. Ja. Was ist denn da los? Wir steigen. Ah, wir steigen noch. Wir sind im Nether-Level. Warum ist es hier so gruselig? Wow. Wir sind im Nether angelangt. Eww, das sind einfach rote Wolken. Äh. Leute, warte mal. Sind das Asteroiden? Es ist größer geworden, unsere Wolke. Lol. Da fliegt auch was. Was ist das denn? Was ist das aufsammeln? Nö. Das hätte ich gerne. Was ist das? Weiß ich nicht. Wer will das haben? Ah, das ist das erste Level, das hast du geschafft. Und der erste Boss ist das, der Erdboss. Ach, guck mal. Die haben wir geschafft. 32 Netherwarzen und 32 Netherbricks. Das ist ja aber... Die Wolken sehen ja cool aus. Warte mal, sind das nicht hier Netherwarzen? Warte mal. 20 Netherwarzen. Diepslead habe ich bekommen. Wie cool ist das denn hier? Ich habe einen Netherwarzen. Ich habe auch. Wie viele? Ich habe 20. Ich habe drei. Ja, easy. Machst du denn 20 her? Weiß ich nicht. Wie viel brauchen wir in Thailand? Äh. Jetzt noch 13? Ja. Guck mal, ich gebe die nochmal ab. Ja, easy. Und so, jetzt brauchen wir noch neun? Ja, jetzt brauchen wir noch neun, okay. Äh, hier sind noch mehr. Hier sind noch mehr. Hier sind noch mehr. Ähm. Hier, nee, hier 20. Ja, easy. Ich weiß nicht, warum wir so viele haben. Ich bin auch nicht ganz sicher. Noch 7. Okay, wir müssen noch 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kannst du machen. Ah ja, okay, wir haben mal, alles ist voll. Ähm, ich mache mal noch mehr Kisten. Ja, das ist sehr gut. Okay, wir lassen auf jeden Fall gerade Netherwreck braten. Ich habe schon vier Netherbricks. Oh, das ist sehr gut. Und damit können wir dann ganz entspannen. Also, ich muss sagen, das Netherlevel war dann sehr easy. Das bedeutet aber auch gleichermaßen, alles, was wir jetzt aufsammeln, bekommen wir wahrscheinlich nicht mehr, weil wir bekommen ja jetzt auch keine Äpfel mehr und so, ne? Also, schön alles einlagern, falls wir es auch brauchen. Und mit dem restlichen Holz würde ich sagen, fange ich doch mal so ein kleines, aber feines Häuschen an, oder? Das ist eine gute Idee, ja, ja, ja. Habe ja auch super viele, äh, Knochen eigentlich bekommen, die ich anscheinend nicht mehr habe oder irgendwo anders hin getan habe. Äh, äh, ja, die finde ich jetzt gerade nicht. Hast du noch Knochen? Äh, ich kann dir, nö, ich habe keine Knochen. Äh? Hier müssen noch welche rumliegen. Nein, hier liegen auch keine rum. Ich hätte schwören können, dass mir angezeigt wurde, dass ich Knochen bekommen habe. Oh. Naja, dann ist es halt so. Und? Noch 13 Stück? Please, 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 ja. Du hast die restlichen, glaube ich, oder? Ähm, ich habe hier den, ah ja, die habe ich, die habe ich. Ja, ja, aber ich wollte gerade sagen, ich habe sie nämlich nicht. Die brauchen wir noch 12 Stück. Ja, du kannst reinmachen. Ah, und dann können wir eh schon wieder in den Heißluftballon, ich denke. Wow. Wir haben... Wir können hier rein. Ich bin so gespannt, wo es jetzt hingeht. Ja, 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 ja. Und bitte einmal zumachen. Yay. Und es geht ab nach oben. Wow. Und da kommt der Nether oder der Feuertrache. Ich weiß es nicht. Wie cool sieht der aus aus der Feuertrache. Oh nein. Ich hoffe, da geht kein Feuerspein. Ich glaube schon. Denkst du? Oh, oh. Oh, tatsächlich. Die können wir jetzt wegschätzen. Ah. Der Netherdrache. Der Netherdrache. Lass mich ja in Ruhe, Netherdrache. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ich brenne schon. Feuer, Feuer, Feuer. Ich bin hier nicht mehr so einfach. Okay, aber einfach, einfach losschießen, ne? Ja, ja, ja. Ich finde, der ist fast nicht so stark. Was fällt denn jetzt von oben? Magma-Blöcke. Magma-Blöcke fallen einfach runter. Okay. Wir haben zum Glück relativ viel damit. Ich treffe ihn gerade nicht. Was macht der da? Oh, pass auf von oben. Pass auf. Ah. Die explodieren ja sogar. Oh Gott. Ah, jetzt bleibt er stehen. Jetzt bleibt er stehen. Wir kriegen wahr. Und. Oh, hier sind wir im Skeleton. Ah, der ist so warm. Wubi, wubi. Haben wir. Oh. Äh, tschüss. Du hast mich weggeschleppt. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, ich habe Weather-Effekt. Ich habe Weather-Effekt. Oh, ich brenne. Ich habe zwei Herzen. Wir haben ihn. Ich habe... Ich wurde weggeschleppt. Oh, oh. Ich bin auch noch weggeschleppt. Wo sind wir denn jetzt denn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht sind wir immer noch im Nether. Oder wir sind im End. Ja. Oh, End-Level. Tatsächlich. Schau mal. Oh, hier ist richtig dunkel. Oh, wie süß sieht aus wie kleines Konfetti, was hier ist. Oh, stimmt. Da ist sogar ein Enderman. Wow. Wow. Und wir sind so weit oben jetzt schon insgesamt. Wir sind richtig weit oben. Das sind schon die ersten Wolken. Das ist nett tatsächlich. Hier kommt mal mein Häuschen hin jetzt. Unser kleines, aber feines... Feines... Ja, mach mal. Aua. Hey. Was ist los mit dem? Ich kriege Gravel. Ich kriege Sand. Auch, Epic. Ja. Hilfe. Hilfe. Lass mich doch in Ruhe. Los, Gott, in Ruhe. Sack. Oh, oh. Ich glaube, ich werde gleich weggeschleppt. Ja. Hallo, Enderman. Tschüss. Au. Oh. Gut weggeschleppt. Naja. Was ist da los? Uh. Okay. Als nächstes brauchen wir übrigens vier Enderpearls und 32 Endstone. Warte mal. Ähm, Epic. Wir haben ein ganz großes Problem. Kannst du den bitte abbauen? Ich hole ihn da wieder runter. Nein, kannst du den erstmal bitte abbauen hier? Oh stimmt. Sonst kommt er immer weiter nach oben. Hast du den gesetzt? Nein. Ähm. Oh, ich bin... Aua. Oh, ich habe ein halbes Herz. Kannst du den bitte abbauen? Ja. Was ist da los? Oh nein. So. Ich mache ein Damage von oben. Aua. Ich fliege immer noch. Ja. Er ist auf jeden Fall weg. Er ist auf jeden Fall weg. Hey, ich habe noch Enderperlen. In den Wolken? Wie cool ist das denn? Ich habe Enderpen hier. Ich habe fünf Stück. Wie viel brauchen wir? Vier? Ich glaube, ich habe ein oder sowas. Ah. Ich habe die vom ersten Level noch. Easy. Oh, das ist sehr gut. Warte mal. Ich habe noch... Oh, ich habe noch drei. Oh. Reicht das schon? Nö. Er ist so für dich schon. Ja, ja. Okay. Jetzt brauchen wir noch Endstone. Dann Endstein, ja. Haben wir davon was? Hm, nö. Oh. Okay, dann angel ich Wolken. Und kurzes Update. Unser Haus steht auf jeden Fall. Und Epic hat noch die ganzen restlichen Endsteine gesammelt. Das bedeutet, du kannst sie gerne mal reinlegen, wenn du möchtest. Und schau mal. 32 Stück. Oh. Höh. Hallo? Das waren alle. Ah. Ja. Klappt. Sehr gut. Okay, es geht rein. Und jetzt? Es geht jetzt noch höher. Wo geht es denn jetzt hin? Kann ich mir vorstellen, dass es zu einem neuen Boss kommt. Hör mal auf. So, jetzt geht es ab. Oh, es geht ab da rum. Und unsere Tiere. Ey, wir hätten unsere Tiere. Warum habe ich die nicht mal eingezäunt? Stimmt. Der hätte so eine kleine Farm machen können. Ja, ich habe noch Zaun. Und ich kann mir vorstellen. Oh. Oh. Wie krass der aussieht. Was ist das denn? Ist das der? Der Endertrach. Oh. Das ist ja. Endertrach oder Diamant? Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, der sieht richtig heftig aus. Wirklich. Es ist der Infinity Dragon. Oh, guck. Wie groß der ist. Wow. Oh, der ist riesig. Was kann der denn machen? Was hat der denn? Was sind das für Kristalle da? Der kann so Laser schießen. Ich mache die. Ich habe die Kristalle. Oh, guck mal. Hier unten sind die Kristalle auch. Ja, ich habe die so. Will ich zerstören? Ja, ich glaube, das macht Damage dem. Kann das sein? Oh, das heißt es. Wir müssen die zerstören. Ja, ja, ja. Ja. Ich weiß nicht. Die heilen ihn, glaube ich. Oder? Die heilen ihn. Ach, Dominik. Ähm, da ist ja ein... Warum... Was ist das denn? Wir haben zwei. Das sind mehrere. Kannst du die... Hast du die Dings zerstört? Die... Die Kristalle sind alle kaputt. Okay, was sind das denn jetzt für... Was ist das denn? Wir müssen die einen erstmal wegschnetzeln. Ach so. Okay? Ja, ja, ja. Komm mal. Das sind die vorherigen Drachen. Ähm, ich... Ah, stimmt. Ja, also ich habe langsam keinen... Ich habe eineinhalb Herzen. Äh, ja. Du musst auf jeden Fall was essen. Hast du? Haben wir goldenen Äpfel? Wir haben auch keine goldenen Äpfel, glaube ich. Nö. Ich habe gold, aber... Keine Kristalle. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen hier im Haus schüllen. Ich treffe hier keinen einzigen. Ja, wenn die da so rum... Rumpen sich bewegen. Müssen wir den... Müssen wir den Damage machen? Müssen wir die wirklich? Nee, wir können dem... Doch, doch. Jetzt können wir wieder Damage machen. Ah, nee. Ich glaube, wir können die ganze Zeit Damage machen, to be honest. Au. Oh, pass ja auf. Ich mache die ganze Zeit Damage. Sehr gut. Ich mache ihm auch Damage. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich den hier, den Erddrachen, auch nochmal wegschnetzeln? Ja, guck mal. Dem kann ich auch Damage machen. Aber ich glaube, der verschwindet einfach, wenn der verschwindet hier. Oh, das könnte sein. Und wir haben ihn gleich. Yay. Aus dem Weg. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh, sehr gut. Oh, es geht weiter nach oben. Yay. Oh, ähm. Au, au. Er ist weg. Sehr gut. Aber wo landen wir denn jetzt? Nach dem End? Ich bin echt nicht ganz sicher. Landen wir... Oh? Wir haben es geschafft. Tatsächlich. Wir sind an der höchsten Stelle angelangt. Wir sind wirklich... Oh, wie cool. Warte, wir haben irgendwie Rüstung bekommen, wurde uns gesagt. Oh, wir haben Drachenrüstung bekommen. Ich habe die nicht bekommen. Oh, ich bin süßer, keine Drache. Oh. Oh. Oh, was ist da los? Warum? Mein Inventar war voll. Ah, da liegt sie. Yay. Ich gehe es auch mal anziehen. Warte, warte, warte. Das ist mega nice. Ich kann sogar fliegen dadurch. Wirklich? Ja. Schau mal. Ich will auch mal. Schaut mal. Wie kann man denn fliegen? Ah, easy. Oh, wie cool ist das denn? Was haben wir denn da hinten für eine Insel? Eine Sandinsel? Wir sehen richtig doof aus. Na, wir sehen süß aus. Ach, guck mal, wie cool. Wir haben auch alle Wolken jetzt hier. Wir haben die Wolken der Overworld. Wir haben die Wolken des Neathers und des Ends. Also unsere Wolke sieht auf jeden Fall nicht krass aus. Aber wir haben jetzt alle Möglichkeiten weiter hier zu überleben. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, die ganzen, ganzen Drachen hier weg zu schnetzeln und an die höchste Spitze zu gelangen. Ja. Wir haben relativ easy und schnell alles geschafft. Ich bin sehr beeindruckt. Das stimmt. Und jetzt sehen wir süße Drachen. Ja, jetzt sehen wir cool aus. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst noch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.